Mikrofasertuch, Wattestäbchen, Zahnstocher und Desinfektionsmittel bzw. Displayreiniger sind die Dinge, die unser Handy keimfrei und sauber halten. Um die Reinigung zu starten, schalte zuerst das Handy aus und schnappe dir das Mikrofasertuch. Dieses erledigt unglaubliche 80% aller Keimen und Schlieren auf deinem Display. Befeuchte anschließend ein Tuch mit deinem Displayreiniger und wische damit Oberflächen deines Smartphones ab. Lasse dabei keine Stelle aus und sage den Keimen offiziell den Kampf an. Falls du aktuell kein Mittel zur Hand hast, findest du in Apotheken und Drogeriemärkten allerhand verschiedene Desinfektionsmittel. In Elektronikmärkten findest du sogar spezielle Displayreiniger. Anschließend schnappst du dir das Wattstäbchen und fährst an den kleineren und verwinkelten Rändern entlang, zum Beispiel am Ohrhörer, den Lautsprechern, die meist aus einem Gitternetz bestehen und der Kamera. Mit dem Zahnstocher befreist du die Ladebuchse von Staub und Flusen. Du wirst staunen, wie fest danach dein Ladegerät im Smartphone sitzt. Achte jedoch darauf, besonders vorsichtig zu sein und nichts zu beschädigen. Das ist eine besonders empfindliche Stelle im Smartphone.